Von 19. bis 21. Mai sind ÖH-Wahlen. Historisch eine Premiere, denn die ÖH-Bundesvertretung kann zum ersten Mal seit rund zehn Jahren wieder direkt gewählt werden, aber auch eine Premiere für pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, denn Sie bestimmen mit, was Ihre Vertreterinnen und Vertreter, die Sie wählen werden, in den nächsten zwei Jahren am Programm, an Durchsetzungskraft, an Durchsetzungsvermögen für Sie auch gestalten wollen. Wahlrecht soll keine lästige Pflicht sein, sondern ist ein langerkämpftes Recht und daher lade ich alle ein, bitte machen Sie Gebrauch, gehen Sie wählen, Sie gestalten die Zukunft mit. Untertitelung des ZDF, 2020